Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Otto-Lilienthal-Museum in Anklam Otto-Lilienthal gilt als der erste erfolgreiche Flieger der Menschheit. Das Otto-Lilienthal-Museum in Anklam präsentiert seine Erfindungen. Eine Modellsammlung veranschaulicht die Vorgeschichte des Flugzeugs weit weg von der Serienproduktion. Beispielsweise ist eine Gleiterkonstruktion aus dem Jahr 1925 zu sehen. Gemeinsam mit seinem Bruder Gustav-Lilienthal machte Otto auch andere Erfindungen, Bergbau- und Dampfmaschinen oder Spielzeuge zum Beispiel. Die Geschwister beschäftigten sich zudem mit sozialen und kulturellen Projekten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017